ja ja je nachdem wie Je nachdem wie sie halt gerade drauf ist, so zu dir Okay Komm Komm mal her Warum weißt du das? Hä? Ich hab gedacht du hast dir was erzählt Alles okay Nein, tut er nicht An die Tür Hä? Jetzt kommt er Was schießt er dauernd? Das dauert ja ewig bis wir schießen müssen Wir brauchen den Aufzug, um dahin zu kommen Ich arbeite hier Ich habe die Schlüssel dafür Wenn wir da sind, dann liegen wir mein Auto Danke Suchen wir ihre Tochter und verschwinden von hier Liz? Liz, bist du das? Gah Vorsicht! Keine Ahnung... Wahrscheinlich bist du doch gespa... Ist nicht... noch nicht... Papa, wo sind Mama und Leon? Sie sind schon draußen. Sie warten zu Hause auf uns. Was? Der Zug ist da vorne. Und ich funktioniert ja noch. Hm? Kommt nicht vorbei. Räumen wir das aus dem Weg. Räumen wir das aus dem Weg. Das macht mich immer wieder. Wie ist das hier? So ganz... Spezialbier. Dunkles Spezialbier. So trüb. Ein Fahrradock. Alles wird gut. Dunkles Spezialbier. Pup. Ja. Äh. Whether to survive. Ohin... Pops. B Camera. Sie ist schon tot, sie ist sie! Ich glaub das nicht! Ich glaube wir sind hier drin nicht allein! Das ist so geil wie sie zu manchen beim schlagen! Jetzt kann man ein bisschen metzeln! Das ist so geil! 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 Okay! 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 Wo ich hierher gelaufen bin... Laute Leute. Oder? Oh ok. Eine Pflanze gesehen. Oh, das wollte ich nicht. Ah! Hm. Ah, nein. Ah, nein. Oh, nein. Ah. 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 Oh Okay. ... Das war's für heute.